Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja, sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschussverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit... ...wird niemand ihn glauben, wenn nicht glaubt ihn ihre Frau nicht. Und sie werden ihn todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet sie 100.000 Dollar. Das sind die Frage, die Vierer. composierte und 45.000 Dollar. Die Warnung kommt, wo die Fahnen ungefähr zu sein, sondern aufters und insufflikable. Die Warnung kommt, wo sie zum Schwertig aus. Die Warnung kommt, wo sie zum Schwertig aus. Die draw nehmen весen. Die Warnung kommt, wo sie zum Schwertig aus. Aber dass der Warnung kommt, wo sie zum Schwertig aus den Hallogen halten. Untertitelung des ZDF, 2020